Wollen wir Telespielen, weil das jeder kann. Erst kommt Asteroids, dann Super Breakout dran. Und das Weltall ist nah. Und der Pac-Man ist da. Wer hat Lust, was Neues zu spielen? Wer hat schon mal Pac-Man gespielt? Atari hat jede Menge Videocomputerspiele. Und das Neueste heißt Pac-Man. Ich will aber nochmal, ja? Wer hat schon Atari gespielt?